Für mich ist das Laufen jedes Mal, wenn ich es tue, ein regelrechter Höhepunkt. Die Erfüllung, die man durchs Laufen bekommt und die Freude, das würde ich jedem, der unter Problemen, unter Krankheiten leidet, würde ich das jedem gönnen. Klaus Hohlfeld hat dem Sport viel zu verdanken und gibt seine Erfahrungen gerne weiter. Auch seine Frau Renate hat er überzeugt. Jeden Tag gibt es erst mal zehn Minuten Gymnastik. Jetzt kommen Beine dran, ja geht das? Beine. Ich bin allererst eine Befriedigung, weil ich meine Frau dazu bekommen habe, dass sie das mit mir zusammen macht. Es geht mir besser hinterher. Für mich ist es im Endeffekt wieder ein Pluspunkt, den ich eingefahren habe. Ein Leben für den Sport. Mit Fußball fing es an. Ich glaube, du erkennst mich gar nicht. Nee. Obwohl ich damals schon so gut ausgesehen habe wie heute. Ausdauersport seit 55 Jahren. Klaus Hohlfeld ist kein Siegläufer, aber immer vorne dabei. Vor drei Jahren dann das Schlimmste, was einem Sportler passieren kann. Ein schwerer Unfall. Sturz mit dem Fahrrad, zahlreiche Knochenbrüche. Dann war mir hier die Kugel gebrochen. Der Oberarm war gebrochen. Da konnte ich nur in den ersten vier, sechs Wochen am Rollator laufen. Und von dem Moment an habe ich mir wieder gesagt, hey nein, das kann nicht alles sein. Jetzt geht es wieder los. Und von dem Moment an, also Moment, von dem Zeitpunkt an, habe ich wieder angefangen zu trainieren. Nach seinem Unfall hat er sich im Fitnesscenter zurück ins Sportlerleben gekämpft. Alle Menschen sind meine Freunde, sagt Klaus Hohlfeld. Berührungsängste kennt er nicht. Das war ganz besonders. Das ist ein Training. Martina Franke, seine Physiotherapeutin, hat ihm geholfen bei seinem Comeback. Er musste erst mal wieder auf einem Bein stehen können. Das ganze Gleichgewicht war ja hinüber, deswegen Rollator. Die ganze Fußmuskulatur, alles wird ja auch von oben gesteuert. Er musste erst mal wieder lernen, richtig zu gehen. Allein das war ja schon mal der Start. Ich habe ein Ziel gehabt. Ich habe ein Ziel gehabt. Und das Ziel ist es auch jetzt noch, dass ich noch mehr erreichen möchte. Wenn die Martina Urlaub hat und nicht kommen kann oder wenn die Halle geschlossen ist, da bin ich traurig. Ich freue mich immer auf die Gymnastik, weil ich dann nur Positives für mich erlebe. Trainings- und Wettkampfzeiten notiert Klaus Hohlfeld akribisch. Und das seit 1965. Da kann schon mal was abhanden kommen. Aber was soll's, der nächste Wettkampf ist entscheidend. Der nächste Jahrzehner sind wir schon angemeldet mit einer großen Gruppe von uns. Beim Freiburg-Marathon laufen wir die 10 Kilometer. Und da will ich also schneller als 2,70 laufen. Denn sonst würde ich mich schämen, wenn ich das nicht schaffe. So. 72 Minuten auf 10 Kilometer. Der Ehrgeiz ist ungebrochen. Also ich habe noch Ziele. Da müsste man schon irgendwie den Fuß abgenommen worden sein. Aber mit 85 mache ich noch. Und ich bin auch überzeugt, dass ich mit 90 noch mache. Noch Sport mache.